Subta Ekahastapadasana ist die liegende Hand zum Fuß Stellung. Im Liegen fasse mit einer Hand an einen Fuß und den anderen Arm kannst du entweder hinter dich geben oder neben dich geben. Es gibt zwei Variationen. Du kannst zum einen das Knie neben dich auf den Boden drücken. Das ist dann eine gute Übung für die Flexibilität der Hüfte oder du kannst das Bein ausgestreckt halten und mit einer Hand das Bein zu dir hingeben. Das kultiviert die vorwärtsbeugende Flexibilität.